Bei Montes Videos gesehen, auf den letzten Drücker ist alles machbar, Freunde. Mal gucken, was jetzt geht. So broken, die Mate auf 200, ne? Ey, ich kann gar nicht... Ja! Ja! Drop it! Meine lieben Buzzer, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Montes am Start, Allotrix ist am Start, Solution ist am Start, Horn is am Start und Marcel Scorpion is am Start. Sagt mal einmal alle hallo. Hallo! Was geht? Was geht ab? Abgewirkt! Ja, ja. So, Freunde, wir haben wieder was Schönes eingestellt. Wir haben auf 200 gestellt, plus Furiosa-Items, meine Freunde. Boah, das war immer Spaß. Das ist ja absolut krass. Hier geht's richtig zu. Alter, was? Aber die Baby-Map hier. Das ist nicht normal, wenn du vor 150 gefahren hast. Das ist eine richtige Nahkampf-Map hier, Alter. Ich fahr immer gegen einen. Aber Blitz! Oh! Wie, du Blitz? Nee, ich kann gar nicht mehr driften, Alter. So, Freunde, jetzt weiter. WTF? Oh! Ich schwör's dir. Und mal ran! Boing! 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 Man kriegt so viele Items! Boing, Danny! Ich bin überrundet! Ich hab gar nichts, Alter! Boing, ich überrunde Danny jetzt! Boing, ich überrunde Danny jetzt! Boing, ich überrunde Danny! Boing, ich überrunde Danny! Boing, ich überrunde Danny! Oh, ich hab einen Stern! Ja, sehr gut! Ja, sehr gut! Ja, sehr gut! Das gefällt mir! Ein Moment! Oh, das gefällt mir so! Ich hab den zweiten Stern hintereinander! Oh, ja! Ja! Warte! Ich bin zweiter! Ja! Oh, ne Rakete! Ja! Ja! Look at dies! Ja, und auf zweiter Platz! Geil! Geil! Aber ich bin trotzdem so schnell! Ah! Ah! So, meine Freunde! Die schöne Partystrecke! Die kann man auch sich gut bei 200 gönnen, muss ich sagen! Wir haben schon eben diskutiert! Da gibst du zwei Korven! Da muss man ein bisschen abbremsen oder vom Gas gehen! Boah! 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 Alter, Digga! Oh, look at dies, Freunde! Boah! Ah, ihr seht ja schon! Ich spiel einen neuen Charakter! Ich hab den hier! Metall Mario! Metall Card! Alles auf Metall Basis hier! Weil Gold kann ich mir nicht leisten wie Monte! Hey! Ah! Attackieren! Ah, das war schlecht immer, Freunde! Ja! Da kommt wieder dein Lachenkamer, du Affe! Ey! Hier ist doch alles voller Mann! Ja! Das sind Weinen! Dann haben sie ja doch noch was gebracht! Alter! Was will ein Scheiß für die Mutter sein? Zum Nachdenken! Hier, Meuse! Ja, Carsten! Wir reden aber am Ende der Runde! Du fällst runter! Halt's Maul! Oh! Horni? Hallo? Oh! Ich fall runter! Och, Mann! Die Karte ist scheiße! Ey! Das Team-Lab ist grad so schnell! Ey! Marcel, ich komme! Ne! Oh mein Gott! Oh ja, Horni! Hast du sehr toll gemacht! Wunderbar! Oh mein Gott! Oh, look at... Oh, Freunde! Das ist so schnell! Ey! 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 Das feier ich so mal... Uwe, dass du immer dieses Aua sagst! Digga, wenn du in einen Folge kriegst und du so... Oh nein! Oh nein! Aua! Aber so richtig gutes Aua! Och, ne! So richtig vorm Herzen! Oh, Freunde! Das ist einfach alles so schnell! Wer ist denn da vorne jetzt? Ey! Jetzt krieg ich echt nen Goldpilz, ne? Alter, ich fühl mich wie auf nem Surfbrett so schnell ist das nicht! Oh, das ist so! Ich steck absolut fest, Mann! Aber Freunde, das ist gut! Die drei Pilze, mit denen kann man was reißen! Eine Kurve kannst du echt nicht hier nehmen, ne? Oh, er geht auf dem dritten, Mann! Kennt ihn! Ah, man kennt ihn kein Geschenk bekommen, wunderbar! Oh! Ey! Marcel, das! Oh, ich mach mal die Ecke! Oh, Marcel, ich komm schon wieder! Oh, Mann! Ich choke so heftig! Hey, wie viele Raketen kriegt der Typ! Aber, Freunde, wir haben ja schon bei Montes Videos gesehen! Auf dem letzten Drücker ist alles machbar, Freunde! Mal gucken, was jetzt geht! Das ist so broken, die Boomer auf 200, ne? Ey, ich kann gar nicht... Nein! Ja! Ja! Ich hab's doch gesagt mit Ansage! Alter, die Karte find ich echt schwer auf 100, Mann! So, meine Bootser! Ihr werdet sich grad zu dem Reifenwechsel unterhalten! Ähm, von mir aus kann das gerne so weitergehen jetzt! Aber, das ist jetzt hier Mute City auf Abfahrtbasis, ne? So, ja? Ne, gar nicht wahr! Ne, das ist hier nicht! Das ist die mit normalen Runden! Genau, Mute City! Normales Mute City! Genau, sorry! Jemanden 10er? Halt dich mal rum 10er! Boah, Leute, das... Ich krieg gleich so ein... Oh, Alter, ist das anstrengend! Freunde, oder? Wo sind wir eigentlich gar nicht? Ich krieg ja keine Geschenke, Digga! Als wenn da Weihnachtsmann nie vorbeikommen würde, Alter! Ne, bei 16 Euro für mich! Nein! Das ist die Strecke! Ja, okay! Jetzt akzeptiere ich! Oh! Echt übel auf 200 Mann! Oh! Ich krieg ne Menze, dein Ernst, Digga! Einfach mal hier vorbei! Ja, geil! Was war das denn?! Geiles Ding! Oh! Das gefällt mir alles so sehr! Alter, Uwe, ne? Doch! Mann! Ja! 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 Oh! 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 Andy! Hau rein, Jungs! Oh! Ich auch! Let's go! Ne, keine Zeit für's... Oh! Andy! Ach! Ich fall... Ich fall... Sieh nicht nur runterfallen, Marcel! Obwohl ich mit... Ich flitze mit der Raketen an dir vorbei! Ey! Meine Fresse! Ich krieg jetzt... Ich krieg jetzt... Es ist wirklich sehr spannend! Oh! 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 Was soll das? Aua! Mach keinen Fehler! Oh mein Gott! Rakete auf dem dritten! Let's go! Verdient einfach! Komm, Marcel Flick! Oh! Ich fall runter! Nice! Und wieder Erster! Das ist so schön! Es ist so wunderbar! Oh! Digga! Wieso wählst du sie eigentlich? Brainer... Brainer... Brainerfka, Digga! Heftiger Typ der! Aber richtig, Digga! So meine lieben Freunde! Ähm... Danny war eben Brainerfka, wie man mitgeteilt hat und hat diese Map aus Versehen wieder gewählt! Jetzt sind wir wieder Mute City! Aber es macht nichts! Abfuck-Modus! Hä? Hä? Sonst hat Danny irgendwann mal da eben letzter geworden ist! Er wollte auch zeigen, dass er auch 5er auf kann! Warum wirklich immer ab, Mann? Ich tue genau bei 2 anfangen Gas zu geben! Gas! Warum geht das nie, Alter? Weil du zu doof bist, ganz einfach! Die attackieren, Jungs! Attackieren! Boah, Alter! Die Warnahne war knapp gerade! Komm! Mann! So schwer zu fahren, die Kurve! Alter! Die Kurve ist für jemanden... Abkürzt so, Jungs! Ich nehm sie ja... Oh mein... Ja! Ja! Es ist so schön, Freunde! Es ist so wunderbar! Geil! Ey, was machst du da? Auf dich zu freuen! Ja! Attackieren, Horni! Hallo, Monte! Verpilzt dich! Hast du nen Pilz bekommen, Danny? Oder was war das? Ey, ohne Moin! Weg! Nix ist! Hau ab! Ey, ich krieg ne Münze! Oh! Oh, Alter! Attackieren! Ja, Leute! Trotzdem triffst du mich! Bullshit! Ey, ich hasse mein Leben! Äh, wie Danny would like ja keinen! Du hast ne Rakete! Ich... Ja! Geil! Besser für mich, Freunde! Ja! Ich auch! Abkürzt so, zwei von 0, Freunde! Ich nehm sie diesmal! So, Horni ist nur noch vor mir, Freunde! Horni! Horni! Wir müssen Horni kriegen! Eine für'n Ersten! Ja, ich hasse mein Leben! Der Blauen! Oh, Rakete! Jawoll! Das Blatt wendet sich! Oh, das gefällt mir so sehr! Ja! Ja! Nein, dafür ist keine Zeit, Brudi! Mach nicht diesen! Brudi! Ja! Guck mein Video, Brudi! Guck mein Video, dann weißt du wie's geht! Attraktieren! Nein! Attraktieren! Ah! Monte kommt wieder auf'n letzten Drücker! Nein! Ja! Mann! Ja! 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 Geil, Spiel! Geil, Alter! Oh! Carsten, Digi! Ich grüße dich, Digi! Alter! Uwe! Uwe, ich war sechster! Meine Rakete hat so lang gehalten! Absolut lächerlich, Digi! So, meine lieben Freunde! Leider bin ich nicht viermal Erster geworden! Weil vier steht dafür Lifestyle! Hat heute leider nicht gelangt! Aber dafür Erster im gesamten Turnier! Checkt natürlich die Folgen von den Jungs aus! Alles in der Videobeschreibung, Freunde! Und gönnt euch vor allem auch Montes erste Folge! Danach kommt meine! Und die Reihenfolge kennt ihr ja! Wenn nicht, dann blockst einfach in die Videobeschreibung! Ist sehr spannend, Freunde! Ich bin schon heiser vorm Schreien, Alter! Ich liebe dieses Spiel! In diesem Sinne sagt alle mal Ciao, Freunde! Ciao, ciao! Hau rein! 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 Hau rein!